Die DRF Luftrettung führt am Freitag und Samstag eines ihrer jährlichen Praxistrainings am Spitzberg durch. Hierbei proben die Luftretter des Christoph 62 den Ernstfall. Ein solcher Rettungseinsatz erfordert Teamarbeit mit höchster Präzision. Mit dabei sind die Luftretter der Bergwachten der Sächsischen Schweiz und des Zittauer Gebirges, von denen jeweils eine Person bei einem Windeneinsatz zusätzlich mit an Bord genommen wird. Trainiert wird zwischen 9 und 18 Uhr rund um Seifennersdorf und dem Spitzberg. Alle Anwohner und interessierten Bürger sind eingeladen, bei dem Trainingseinsatz dabei zu sein.